Du, sag mal, hast du etwa Angst davor? Der Bikini-Saison etwa? Kein Bock auf Zellulite im Bikini? Klar, damit willst du nicht baden gehen. Aber was tun gegen die Zellulite, gegen die unschönen Dellen? Welche Möglichkeiten hast du denn? Etwa Fett absaugen? Kältebehandlung oder andere schmerzhafte Eingriffe? Oder du cremst dir die Zellulite einfach selber weg. Mit unserer Bye-Bye-Sellulite gehst du glatt über den Strand, glatt ins Wasser. Da gehen dir glatt die Dellen weg. Sei dein eigener Beauty-Doc und cremst dir glatt. Jetzt ohne Dellen in die Wellen. Also, immer schön glatt bleiben mit der einzigartigen Bye-Bye-Sellulite von Dr. Jochheim. Das einzige Original. Das einzige. Punkt. Sous-titrage FR 2021 카men Untertitelung des ZDF, 2020